Das ist ein Raltüffel. Machst du ein Video? Ja, 20 Euro sind wieder. Wenn wir sagen, was wir bezahlen haben, dann seid ihr irgendwie steht. Dann steht der relativ weit weg. Dann steht der relativ weit weg. Ich glaube, es geht. Schade? Überdacht oder unbedacht? Naja. Ich habe auch schon etwas gemacht. Ich habe auch schon einen Autoflow oder so. Ja, also da müssen wir gleich die Autoflowers auf der Seite fahren. Wie im Wachtrad. Dann fahrst du noch von Rössings raus? Ich habe die E-Mailung 1 km von der Bahn entfernt. Vorgefahren, reingekommen, weiter zu fahren. Dann haben wir noch nie alle Karten mit. Dann haben wir noch die Autoflowers. 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 Versuch zwei welchen? Was Fertig? Ja, die sollte dann halt fassen. Oh, da fährt elimination. Starrt ist jemand. Ja. Dabei fährt gleich zwei Maschinen. Joo. Moin. Wer ist das? Die Bahn sieht frisch aus. Und wir sitzen.... endglllll. Jetzt! Ich habe mich nicht hier. Come and skate for her. Ich denke, das ist mein Bild. Eurowings 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 für irgendwelche Besonderheiten oder Pallipps. Wir möchten Ihnen informieren, dass in Kombination mit Hertz-Karenzschl wir über 1.500 Award-Mans-For-Mans- und Bonus-Members. Auf behalf des Kommandanten in der Crew, ich möchte Ihnen diese Möglichkeit zu bedanken, dass Sie mit der J.A.A.N.A.S.T.A.N.A., und wünschen Sie einen schönen Tag. Good-bye, enjoy your stay. For those of you, who continue your trip to another destination, we wish a pleasant journey. Oh, da geht gerade eine Maschine raus. Da kommt die Eurowings. Hier ist ein Zuhause. Oh, das ist ja wohl. Oh, die ist ja nicht richtig. Oh, das ist schon. Untertitelung des ZDF, 2020